Selk'au zum nächsten Video hier auf dem Kanal und heute zu einem etwas anderen Video hier aus Miami. Wir sind am Start im Sunshine State Florida und ich werde euch heute mal erzählen, was meine Predictions sind und zwar fürs Bundesliga-Team of the Season beziehungsweise mein persönliches Bundesliga-Team of the Season. Ist kein normaler Vlog, muss man dazu sagen. Im Hintergrund haben wir Geräusche, einmal die Klimaanlage und irgendeine Poolanlage da draußen. Ich hoffe aber, es geht trotzdem einigermaßen. Ich verstehe aber noch nicht ganz sicher, dass mit dem Licht hier so ist, aber ich hoffe, das geht einigermaßen. So lange sollte es auch nicht werden. Ich möchte auch einfach kurz mein Team mal sagen. Normalerweise habe ich es ja immer mit Karten gemacht, die Team of the Season Predictions, aber heute wird es halt anders. Heute wird es halt nur in Form dieser quasi Top-Elf der Bundesliga von mir sein. Ich werde auch nicht komplett eine 18-Spieler oder wie viele auch immer ins Team of the Season kommen predikten, sondern nur meine Top-Elf. Und wenn da irgendwelche Strittling-Positionen dabei sind, wie beispielsweise Stürmer-Positionen, wo es vier geben wird, wahrscheinlich wieder, werde ich natürlich dazu was sagen. Ich werde das zu allen fünf Top-Ligen machen. Macht da gar keinen Kopf drum. Ja, wenn eure Lieblingsliga, wenn das nicht die Bundesliga sein sollte, noch nicht dabei ist. Und auch wenn eure Lieblingsspieler nicht dabei sind. Macht euch keinen Kopf. Vielleicht ist das so, ja, aber ihr habt eine individuelle Meinung und ich habe eine individuelle Meinung. Und ballert mir gerne eure in die Kommentare, ja. Haut rein, wenn ihr meint, nee, der Spieler sollte eher als der Spieler drin sein. Haut rein, wenn ihr meint, nee, ganz andere Formationen, ganz andere Art von Spielern. Ich mache 4-4-2 jedes Mal. Kann sein, dass ihr sagt, nee, 4-3-3 oder sowas. Ist ja auch möglich. 3-4-3 geht ja alles. Ja, ballert einfach in die Kommentare rein. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Videobeschreibung auschecken. Ja, ihr habt schon momentan das Team of the Season Most Consistent. Ich kann nichts damit anfangen, ich bin in Miami. Allerdings, ihr auf jeden Fall. Jetzt wird es hier unscharfer. Was soll das denn? Bin ich so hässlich? Ich finde, es geht eigentlich gerade. Ja, IG wollt 6% Rabatt auf eure FIFA Coins. PS1 und Microsoft gut haben. Das heißt, alles, was ihr für das Team of the Season braucht, um euch zu versorgen und einzudecken, könnt ihr da bekommen. 6% günstiger bei der Comax Gaming TV. Lohnt sich auf jeden Fall. Unterstützt mich damit. Schaut einfach vorbei. Ich würde mich überfreuen. Merchandise und Social Media. Links haben wir auch in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir starten durch mit meinem persönlichen Team of the Season. Und wie gesagt, es ist nur meine Meinung. Wir kommen erstmal zur Defensive. Da haben wir im Tor Lukas Radetzki. Davor Lukas Episzczek, Marvin Plattenhardt, Sokrates Papastatopoulos und Mats Hummels. Zwei Dortmunder, was vielleicht für die einen oder anderen, für den einen oder anderen Hallihallo, ein bisschen überraschend sein mag, weil Dortmund ja wirklich jetzt nicht so die krasse Saison gespielt hat. Ich verstehe diese Kamera nicht. Ich verstehe diesen Hauke-Fokus nicht, aber es soll auch egal sein. Das stimmt. Dortmund war nicht so stark wie die letzten Jahre. Und ist auch momentan, glaube ich, sogar hinter Hoffenheim zurückgefallen, weil die ja gegen Bremen gewonnen haben. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil Dortmund hat ja einen Punkt geholt. Und ich glaube, weil Hoffenheim noch drei Tore kassiert hat, sind sie doch nicht vorne. Ich weiß aber nicht genau. An sich könnte man für einen Sokrates auch getrost einen Süle hinstellen. Oder einen Vogt. Nur, das wurde ja normal abgestimmt von uns. Also von der Community. Ob das nun wirklich passiert ist, die Frage. Ich könnte es mir vorstellen, ich hoffe es ehrlich gesagt. Aber ja. Schreibt es mal in die Kommentare. Meint ihr Sokrates und Piszczek, hallo, haben das verdient? Oder meint ihr, nee, da waren andere deutlich besser. Ich werde es übrigens jetzt hier nicht irgendwie ändern. Ich kann es nicht ändern, dafür habe ich hier nicht die Zeit vor Ort. Das heißt, ihr müsst das mit diesem Unscharfen hier Vorlieben nehmen. Meine Güte nochmal. Kann ja nicht wahr sein. Egal. So, das haben wir jetzt mal meine Defensive. Radetzky im Kastenhandel. Sehr starke Saison mit der Eindringenspiel vor allem in der Hinrunde. Ja, war der Beste bei der Eindringen über die ganze Saison gesehen. Piszczek sehr, sehr stark für Dorbund gewesen. Dazu ein Sokrates auch gerade in der Hinrunde sehr, sehr stark gewesen. Plattenhardt war der Grund, warum Hertha immer noch auf der Welt, wenn das um A5 steht. Und dazu haben wir dann noch den Kollegen Hummels. Und ich glaube, bei Hummels ist es auch relativ klar, irgendeinen Bayern-Spieler muss man reinnehmen. Es ist auch ein Orban stark gewesen. Ein Kompär ist stark gewesen. Wie gesagt, ein Süle, ein Vogt. Aber ich habe mich jetzt für die entschieden. Ballert mir eure meine Kommentare. Kommen wir zum Mittelfeld. Da haben wir bei mir auf der Liste einmal Naby Keita, Thiago Alcantara, Musman, Dembélé und Emil Forsberg. Theoretisch könnte man da anstelle von einem Forsberg oder anstelle von einem Dembélé einen Robben sehen. Aber wir werden ja sowieso Ersatzbank haben. Deswegen, ich denke mal, Robben wird drin sein, aber der ist nicht in meinem persönlichen Team auf der Season. Keita muss ich, glaube ich, nichts zu sagen, oder? Unfassbare erste Saison-Spiel. Genauso wie Forsberg. Topvorlagengeber. Genauso wie damals De Bruyne. Eine unglaublich starke Saison. Und das, obwohl er eigentlich mit seinem Tempo auf der Außenbahn gar nicht so richtig Ball macht. Aber er ist ja so ein halber Zehner, ein halber Flügelspieler. Einfach geil. Thiago hat eine unglaublich starke Saison gespielt bei den Bayern. Er hat ein bisschen mehr defensiv dazugelernt. Wurde immer stärker im Verlauf der Saison. Vor allem auch am Ende ein bisschen abgebaut, auch in der Champions League. Aber an sich trotzdem eine krasse Saison. Und deswegen verdient, in meinen Augen, im Team of the Season. Und das Gleiche gilt für Usman Dembélé. Erstes Jahr in der Bundesliga. 20 Jahre ist der junge All. Unfassbar schnell. Unfassbare Technik. Unfassbarer Zug zum Tor. Viele Vorlagen, viele Tore selber gemacht. Game Changer für Dortmund gewesen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dementsprechend muss der ein Team of the Season bekommen. Das ist überhaupt keine Frage in meinen Augen. Kommen wir zum Sturm. Und im Sturm wird es kontrovers. Ihr werdet euch freuen. Natürlich sind die offensichtlichen Wahlen Lewandowski und Aubameyang. Ich mag Aubameyang aber nicht. Ich mag den wirklich nicht. Für mich ist das ein Tatt in den Stürmer. Für mich ist der nicht auf dem Level von einem Lewandowski. Und ich glaube auch nicht, dass der bei Real Madrid so performen würde, wie er es bei Dortmund tut. Wo er mit Reus und Lin-Belé einfach unglaublich gute Vorlagen gemacht hat. Hat er bei Real auch. Klar. Aber schreibt euch mal in die Kommentare. Ist Aubameyang so gut, wie er gemacht wird? Oder ist Aubameyang überbewertet? Weil ich persönlich finde, gerade weil er so viele Chancen liegen lässt, besser als ein Cavani ist, nicht. Wirklich nicht. Und Cavani ist gut, keine Frage. Aber, also sehr gut, keine Frage. Aber Aubameyang wird immer mehr gehypt. Und das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe in meinem Sturm Timo Werner. Buh, Max, wie ganz im Null. Scheiße, RB. Du hast drei RB-Spieler, der startet. Wie geht das? Timo Werner hat 21 Tore. Für den Aufsteiger. Dabei den Zweiten. Viele Vorlagen gemacht. Unglaublich gut gespielt. Scheiße auf diese eine Schwalbe. Es war eine Schwalbe, verdammt. Eine. Das macht Nicole auch nicht fett. Das ist wirklich. Und der hat so stark gespielt und der muss ins Team auf das Team. Das gibt gar keine Diskussion. Die vier Stürmer. Und das ist die Position, wie gesagt, wo ich so ein bisschen differenzieren muss. Weil ich nicht nur elf Spieler benennen kann. Weil ich da halt einfach vier nennen muss. Und die vier Stürmer, die ins Team auf das Season rein müssen, sind Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Romagnac, Anthony Modest und Timo Werner. Und das ohne Wendel aber. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Jonas Hector reinkommt. Jonas Hector habe ich aber jetzt persönlich nicht so stark gesehen, wie die Jahre zuvor. Ich könnte mir theoretisch auch vorstellen, dass beispielsweise ein Sebastian Rudi, aus welchem Grund auch immer da reinkommt. Oder ein Kerem Demirball. Oder ein Kramaric. Auch extrem starke Saison gespielt. Hätte es auch verdient an sich. Aber da hast du halt noch einen Modest, der so viele Tore gemacht hat. Einen Werner, der so viele Tore gemacht hat. Und auch wenn Hoffenheim gut dasteht. Sie haben ja beispielsweise mit Vogt oder Süle sowieso wieder ein Team auf das Season. Und auch im Mittelfeld war jetzt keiner von den Spielern, die ich genannt habe von Hoffenheim. Aber da muss einer hin. Irgendwer wird da kommen. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Also es würde nicht ein Team auf das Season und Hoffenheim mal geben. Ja. Ich würde hier mir schon wieder alles weg. Deswegen benne ich das Video jetzt hier früher oder später. Ich laufe gleich nochmal zum Strand. Ich glaube, ich nehme noch Premier League eben auf. Damit wir das haben und dann geht es weiter für mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt euer Team auf das Season bzw. euer Team einfach mal in die Videobeschreibung. Ich würde mich freuen und freue mich zu sehen, wen ihr denn am stärksten gesehen habt die Saison. Vielleicht mit Begründung, wenn ihr Zeit habt, wie ihr wieder Bock habt. Checkt die Links in der Beschreibung aus. Wenn ihr euch noch eindecken wollt, zum Team of the Season. Gerade für die nächsten Team of the Seasons, die nicht nur mauskonsistent sind. Also noch höhere und krassere Ratings haben, lohnt sich das. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt euch auf. Beste Grüße aus Miami. Und ciao.